Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich möchte euch mal ganz herzlich zu diesem Video hier begrüßen. Heute habe ich das erste Mal meine neue Drohne ausprobiert, ein bisschen rumgeflogen damit, ein bisschen geübt. Ein richtig guter Drohnenflieger ist vielleicht natürlich besser hin als ich, aber der Übung macht die Meister. Ich möchte euch das Video nicht vorenthalten. Ich werde jetzt aber nicht hingehen, werde jetzt extra nochmal Ton einblenden. Es gibt also keine Tonspur. Ich wünsche euch mal trotzdem viel Spaß mit diesem kleinen Video. Ich wünsche euch mal viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde mich das nächste Mal etwas mehr bemühen, die Kurven langsamer zu fliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020